hier einen wunderschönen prächtigen herzlich willkommen beim supermarket simulator ja ich habe jetzt einmal die kasse hier rausgenommen weil ich die nicht brauche denn ich musste einkäufe so gesehen kassieren damit ich dann so gesehen auch die anderen kassen freischalten kann bzw eher die mitarbeiter habe auch dementsprechend auch mal das lager vergrößert bisschen einsortiert das ganze bisschen vorrat gekauft ja weil anders ging es nicht und ich muss halt wie gesagt den zweiten mitarbeiter so gesehen vorübergehend bündigen weil ich sonst keine einkäufe da ich mal kassieren kann sonst sieht es ein bisschen blöd und eng aus das ganze da ja ok nee brauchst du nicht zwei mitarbeiter reichen dafür die größe in einer milchpackung kommt die her oder was also weiß warum die so wenig einkaufen und endlich funktioniert das auch mit dem wechselgeld ich hatte in letzter zeit fast nur wenn die bargeld bezahlt haben kein wechselgeld ausgeben müssen ich weiß ob das nur bei mir so war aber ich musste die wechselgeld geben kann warum ich weiß es nicht und hoffe dass jetzt so einigermaßen jetzt bisschen mehr einkäufe so gesehen durchbringen kann kurz hier zack 95 cent genau genau ein bisschen mehr kaufen so ein paar lichter dahin reingeballert ich gucke mal kurz verwaltung rechnung zack zack bezahlt so und hier unten kann ich noch eier hinlegen glaube ich aber was reicht erstmal so eine große menge brauche ich nicht so 20,97 bis jetzt ja noch keiner beschwert dass irgendwie zu teuer ist wie das hier sehe wo der kauft viel das ist schön da lacht doch mein herz 53 genau das sieht nach einer guten summe aus hinzu kommt er noch dass ich auch ein bisschen geld spare dadurch dass ich einen mitarbeiter weniger habe die lageristen die lageristen die füllen zum glück alles gut aus ich weiß gar nicht was ich brauche um neuen lageristen zu holen einstellen also ich könnte sogar schon holen dann muss ich noch mal vier stufen holen also kriegen dann kann ich neue lageristen holen aber zwei reichen für diese größe erstmal aus ich werde das sowieso erst mal mich jetzt darauf konzentrieren laden selber größer zu machen da habe ich ja noch einige optionen über ich einmal gucke wachstum da ist doch so einiges 6700 also das wird richtig habe ich gerade mit dem geld das wird noch ein bisschen dauern bis ich das geld zusammen habe das könnte noch wieso gehen alle zu ihm rüber also ich meine die kasse ist bei mir frei wieso kommen die einfach nicht zu mir rüber egal aber schon mal 434 warte mal hier sind 434 hier sind 432 muss ich nicht verstehen das sieht sehr gut aus 58,94 muss dann sowieso danach wieder inventur machen weil ich weiß ob ich noch alles wieder da habe ich habe es einigermaßen versucht alles in gleichheit zu haben ist bisschen schwierig gerade bei der menge an verschiedenen produkten muss ich gucken wie das wie ich das demnächst noch machen werde weil das ist halt gierig gerade wenn ich so viele produkte habe die meisten ja die meisten kann hier sagen okay brauche ich halt nicht also für ein regal ein produkt da kommt die wie eine einpackung alter mit 50 euro an oder was wobei ich denke genau oder egal ich würde überlegen habe ich ja noch was also plan steht ich müsste sowieso demnächst anfangen auch lizenzen zu holen da brauche ich wieder mehr um mann ich glaube das kommt alles im kühlschrank hin das heißt ich bräuchte mir wieder solche kühlschränke hier und aus irgendeinem grund ich weiß nicht warum ich habe ja lichter angebracht aber es ist nicht so hell irgendwie das scheint mir auch so übelst dunkel zu sein aber aber keine ahnung äh ich wollte gerade sagen geht der raus oder was ich verstehe nicht muss ich etwa meinen platz tauschen damit die leute zu mir kommen weil ich habe hier kaum gefunden halt also klar ich habe schon ein bisschen was aber ja hätte ruhig schon ein bisschen mehr sein können zack noch mal 7 1 weil bis der fertig ist habe ich hier schon längst alles erledigt zumachen zack so zack ok das lager ist eigentlich immer noch ziemlich gut gefüllt ich müsste es wahrscheinlich mal ein bisschen umsortieren dass ich hier jetzt einen kleinen kram mache und hier mache ich den Großkram also was den großen Kissen ist so wie der hier zum Beispiel hier mit Wasser oder die ganz großen wo Mehl und Nudeln drin sind ähm dass wir so gesehen die Großabteilung zack auch viel kleinen Kram 6 2,7 1 so aber das sieht so schön aus dass sie alles endlich selber auffüllen das ist so eine Genugtuung und das fühlt sich richtig gut an jetzt muss ich nur gucken dass ich halt jetzt an Kohle rankomme so oder so oder so oder Apfel aber das Problem ist halt nur dass ich halt nicht so viel Platz hä oder ich kann noch 1 oder 2 dazu packen aber ich weiß nicht ob ich generell so viel Material da hätte schauen wir mal kurz was sie sagen nix oh nice ok ok einkommen sind bei ich bin ich bei ja so 1400 das ist gut ja das ist nice mehl ok ich guck mal kurz habe ich irgendwo noch Salz über da nicht da nicht das ist glaube ich auf der anderen Seite da ok Salz habe ich noch mehr als genug da habe ich eine ganze Reihe voll ok ok das kann ich schon mal hier packen Milch Eier ok Eier ist eng oha hier das ist auch schon eng geworden äh das sind diese Nudeln ne da habe ich noch eins da könnte ich also diese Nudeln könnte ich mal bestellen Milch habe ich erstmal genug Wasser habe ich auch gegenüber Milch 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 so ein bisschen sortieren hier Kaffee auf der anderen Seite glaube ich noch Kaffee ne ok ok da habe ich noch genug oh Gott sei Dank oh ne doch nicht Nudeln brauche ich doch nicht kaufen hier habe ich noch was wo ist ja mein Kaffee ich glaube das ist auf dieser Seite ne da Kaffee Öl habe ich nicht noch irgendwo Öl gehabt ne ok passt so egal da passt soweit alles ok ja nice muss ich überlegen kriege ich das so hin oder nicht ähm leider sehe ich ja nicht ob die Lizenzen hier Orangensaft das müsste Kühllager sein Soda auch Apfelsaft rein theoretisch ja Milch auf jeden Fall und nochmal Silber äh Soda jetzt drei verschiedene Soda Produkte ok ja kaufe ich mir einfach ähm Soda achso Soda Kohle ah ok Kühlschrank 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 ok Regal ok das ist ganz normal achso das sind solche Glas Dinger ah ok also erstmal Möbel das heißt einen kann ich holen einen habe ich ja schon 1 2 3 4 5 das heißt vier Stück brauche ich war noch ne ja 1 2 3 4 5 genau vier Stück ein habe ich ja genau und dann nochmal ein Regal pausen sie im hundert ok wird ein bisschen eng aber ist nicht schlimm mal kurz mal die Funze an machen da zack ich habe hier sowieso ein bisschen mehr als genug Platz ich kann das ruhig mal hier entstellen zack zack so ähm wo die Tür bleibt ja sowieso immer offen also das ist das Regal das lege ich hier hin oder stelle ich hier hin so das könnte ich aber auch hier hin stellen einen kann ich auch hier hinlegen und den letzten den pack ich mal hier in den Raum rein hier hin genau so perfekt aufgefüllt aufgefüllt nice 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 alles schön aufgefüllt ohne dass ich den Finger krumm machen muss ach ist das nicht ein schönes Bild da fehlt noch ein bisschen Kaffee das ist aber nicht schlimm mein Gott passiert mal so jetzt muss ich mal bestellen ähm Produkte also da will jetzt 10 Stück kann ich ok das passt ja das ist ja ohne Probleme so da haben wir mal oh nice vielleicht hat noch genug da so was ist denn der aktuelle Marktpreis äh mach mal 2,99 zack aber das können wir gleich alle selber gleich einräumen ich glaube wenn ich alles jeweils einzeln mache dann räume ich das selber ein zack ähm das lege ich mal hier für die neuen Produkte so habe ich schon mal ein neues ähm dann muss ich noch die Cola besorgen also jetzt weiß ich auch warum Soda 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 das ist einfach Soda Cola Soda gibt es ja verschiedene Soda Geschichten so ok da fehlt noch einer zack zack ok nice schauen wir mal zu welchem Preis oha alter Verweiler das gibt ja richtig Asche äh mach ich äh Komma 3,9 alter einfach mal 7 Euro Gewinn äh 7 Dollar das ist ja mal geil das gibt ja richtig Asche wäre ja geil wenn ich nur ein Produkt verkaufen würde wer könnte dann würde ich direkt nur die Milch verkaufen aber Respekt gibt ja richtig Schotter ah ich denke mal so ich das gerade einräume passt das auch jeweils immer zwei Seiten für die Produkte weil mehr Platz brauche ich nicht ich muss ja so oder so nachbestellen also das mal abgesehen ich denke mal das werde ich dann demnächst irgendwie so einteilen müssen für die Zukunft wenn da was sag ich mal weg geht und so weiter langsam danach versuchen mein System hier aufzubauen dann es kommt glaube ich noch eins ne ja da Turku was ist denn Turku das würde ich ja zum ersten Mal achja hier war er da hast du drauf oha da passen noch viele rein ähm 2,29 ok ok die Milch ist teurer als die Cola ok äh nice hat eiser so schauen wir mal ist es das nächste es macht so fun das Spiel also klar ist es halt klein aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung muss ja nicht so ähm so abnormal großes Spiel sein aber es macht so viel Spaß also für Simulationsfreunde sowie meine Wenigkeit ja es macht einfach übelst Laune also ich kann das Spiel echt nur wärmstens empfehlen ähm gerade jetzt mit dem Lager und so weiter und die Entwickler sind ja dabei was zu machen das ist ja das schöne daran ähm das hat ja keinen Stillstand das Spiel wo man sagt jo ok wir haben das Maximum erreicht ähm es kommt immer was ne und das finde ich halt immer so mega nice ähm ich hoffe dass da noch viel mehr kommen wird die Zenzen oh Gott das oh nein ey oh Gott nein nein guck mal kann ich das alles zahlen ok kann ich zahlen sehr nice ok also mein Laden steht mit neun Produkten das ist ziemlich nice also vielleicht ähm wenn ich da noch ein bisschen umräumen dass hier so gesehen die Getränkabteilung ist und hier irgendwie sowas Mopo also sprich ja also auch schon Eier, Käse, Milch und sowas auch die Regale werde ich mal ein bisschen umändern aber sieht halt schon nice aus wenn schon alles schön eingeräumt ist ne die Lager gerissen alles schön einräumen ich muss nix machen ist halt schon geiles Gefühl und zack bumm bin ich schon rund auf 99 Dollar das wird knappi ähm ok wenn jetzt wenn die das hier kaufen das wird ja richtig reinballern also 11 Dollar ist halt schon mal eine Ausnummer ne so da können die Preise bleiben ok hier wird es zu teuer 3,99 so ich überprüfe mal alle Preise ok das kann auch so bleiben das kann auch so bleiben da ja das kann auch so bleiben ich glaube das lag nur am Mehl ne das so teuer ist ich glaube danach richten sich auch die Marktpreise je nachdem wie teuer und günstiger das ist ich glaube ja ja das kommt sogar hin das rein theoretisch müsste ja hier das hier das geht ja auch eigentlich zum Mehl ne doch nicht dann ist wirklich nur dieses 15 Mehl gedacht das hier ok ja dann ist es so also hier hat sich ja auch nichts geändert 3,65 oh doch nicht 3,19 muss ich doch die Preise überprüfen also Teil geht dann wiederum nicht also das ist bei jedem anders hier ok kade dass man nicht so ein Richtwert hat was ich da eventuell angucken könnte weil wenn ich alle Lizenzen habe und immer die Preise kontrollieren müsste uff ja da würde ich mal sagen viel Spaß ne jedes einzelne zu überprüfen bei x Regalen das wird halt der richtige Gaudi da hab ich überhaupt gar keinen Turn drauf äh 5,99 passt jetzt nochmal alles überprüft dadurch dass ich schon mal dabei bin ok passt guti dann würde ich sagen wärs das erstmal mit dieser Folge ich bedanke mich fürs dabei sein lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da ja und dann würde ich sagen wünsche ich euch einen wunderschönen prächtigen und sagtsschönen mit euer Keule ciao 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 ciao